so nach dem langen anstrengenden sonntagslauf steht heute ein kurzer weniger anstrengender regenerationslauf an fünf kilometer jogging um die muskeln wieder ein bisschen zu lockern und den kreislauf in schwung zu bringen ist heute auch genau das richtige für mich ich habe heute nacht nämlich nur drei stunden geschlafen da ich arbeitstechnisch mal wieder eine nachtschicht eingelegt haben wer sich fragt was das für ein wundervolles shirt ist was ich hier an habe das ist von der rap kapelle meine band ach waren das schöne zeiten grüße gehen raus an nixen und die ganze band der rap kapelle haben echt schöne sachen erlebt heute trage ich euch auch beim laufen an meinem herz man könnte auch sagen früher saufen heute laufen naja haben ja nicht wirklich nur gesoffen haben ja auch richtig gute musik gemacht rap kapelle de kann man immer noch reinhören und kostenlos sachen runterladen ein bisschen werbung muss ja auch sein aber jetzt wird das mal weiter gelaufen fakten ich habe zwei kilometer hinter mir durchschnittspace von 6 26 also wahnsinnig schnell und habe im moment ein puls von 140 also schon was anderes als am sonntag mit denen teilweise 182 ist das heute schon etwas gesünder das gibt es noch zu wissen nichts eigentlich drei kilometer noch und dann entspannter abend früh ins bett heute morgen wieder ab im schnitt habe festgestellt dass immer wenn ich rede geht mein puls etwas hoch also jetzt habe ich zum beispiel nur 130 gehabt jetzt rede ich wieder bei 134 und eben bisher sogar bis 140 hoch gegangen also also dann war das mit 182 nicht so schlimm es war ja immer nur dann wenn ich geredet habe ist klar was war denn jetzt hier los groß einsatz an der sieg hat aber glaube ich nichts mit mir zu tun